So viele Abonnenten, wer hätte das gedacht? Ich bin froh, dass diese Zahl nicht einfach da war über Nacht. Dann hätte dieser Dank auch komplett anders ausgesehen. Vielleicht ein kleines Spiel mit ein paar sinnlosen Ideen. Doch das Ganze hat sich etwas anders entwickelt. Zum rhythmischen Gesang, der in den Ohren prickelt, die Melodie, der Text. Alles hab ich selbst gemacht und das nur für euch. Ihr habt diesen Spaß entfacht. 100 Abonnenten, Mann, das sind ja richtig viele. Alle schauen zu, wenn ich auf der Konsole spiele. Was da so spannend ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Wie kann man diesen Blödsinn nur von Tag zu Tag ertragen? Vergess die Frage. Denn eins weiß ich genau, du bist der tollste Abo-Mann. Oder die bei Abo-Frau. Jedes Kommentar, was du bisher geschrieben hast, war einfach toll, super hilfreich. Manchmal hat's auch nicht gepasst. Trotzdem ist es cool. Auch die gesamte Unterstützung. Dankeschön an alle, ihr seid die Grundvoraussetzung. Bitte bleibt, wie ihr seid. Denn ihr wisst es sicher schon. Ihr alle seid für mich die größte Motivation. 100 Abonnenten, Mann, das sind ja richtig viele. Alle schauen zu, wenn ich auf der Konsole spiele. Was da so spannend ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Wie kann man diesen Blödsinn nur von Tag zu Tag ertragen? 100 Abonnenten, Mann, das sind ja richtig viele. Alle schauen zu, wenn ich auf der Konsole spiele. Was da so spannend ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Wie kann man diesen Blödsinn nur von Tag zu Tag ertragen? Wüsstet ihr schon? Ich frag mich jeden Tag. Ob mich heute noch ein zusätzlicher Abonnent mag? Selbst wenn's bei 100, bleibt mir wär egal, was geschieht. Nur denkt daran, ab 1000 gibt's auch ein neues Lied. 100 Abonnenten, Mann, das sind ja richtig viele. Alle schauen zu, wenn ich auf der Konsole spiele. Was da so spannend ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Wie kann man diesen Blödsinn nur von Tag zu Tag ertragen? 100 Abonnenten, Mann, ich glaub, da geht noch mehr. Jeder kann mich abonnieren, das ist doch gar nicht schwer. Diesen Schwachsinn zu schauen, macht überhaupt nichts schlimmer. Nur wer meine Stimme hört, wird eventuell noch dümmer. 100 Abonnenten, denen schenk ich diesen Song. Auf meinem Kanal seid ihr mehr als nur willkommen. Jetzt reicht es aber wirklich, nun ist Schluss mit diesem Quatsch. Zu hören bekommt ihr schließlich nur noch ungemachten Matsch. Gotcha, son rein. S dying. Sng. Und. Untertitelung des ZDF, 2020